Let's Play Games ARK So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play ARK mit mir, dem Dorky, dem Priest Dorky Priest So, um eben schauen, also ich habe jetzt was umgestellt und zwar, ihr seht schon, ich habe jetzt mal eben 6 Level gemacht Ja, weil man kann ja hier in den eigenen Servern kann man ja umstellen Und ich habe keine langen Füße mehr, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich hat das jetzt grafikmäßig reißgehalten So, und zwar kann man ja umstellen, er blieb 133 Ja, und zwar kann man hier den XP Multiplier und sowas kann man hochsetzen Und da dachte ich, Mensch, jetzt grauche ich schon so ewig hier rum Und eigentlich gibt es ja noch so viel, was man noch machen könnte Zum Beispiel, ja, Scharfschützengewehr und Generatoren und Strom und schlag mich tot Deswegen dachte ich, Mensch, jetzt baust du mal ein bisschen schneller Äh, Large Storage Box habe ich gebaut Genau Um nämlich rauszufinden Was ich wohin bauen muss, vor allen Dingen Jetzt baue ich mal hier einfach mal Eigentlich sollte ich eine Wand Genau die Ne Kann ich ja gleich mal wieder einreißen E So Weil er kommt hier nämlich Na, machen wir hier die Die ersten hin Ähm Blablabla Blablabla Hab ich noch gar nicht So Ne, also wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen hochgesetzt Und jetzt auch den Taming Speed Weil ganz ehrlich Wir wollen drei Folgen jetzt zugucken Wie Monsieur Darkie Ne Nen Dings Tamed Nen Nen Schweig Tamed Das ist ein bisschen lame Und irgendwann sollte man ja doch mal ein bisschen vorankommen Ne Achso Wenn ich die hier drin mache Kann ich ja gar keine Zwischendecke mehr bauen Warte mal Zwischendecken habe ich doch auch schon gebastelt Abastelt Abastelt Wooden Ceilings Genau So Die 6 Ich nehme die 6 Es gibt ja viele Leute die sagen Ne, ne, das ist zu nieder Aber irgendwie Jetzt kein Problem mit So Äh leggeber bewerber was würde ich den gerade machen ich wollte etwas ich habe auch noch aber noch länger mit lach genau hier leiter und dann geht's hoch zum nächsten muss ja ein bisschen weiter leiter aber jetzt aber keine geboten oder habe ich leiter wurden pillars habe ich gebaut wurden leider dass ich nehme die sechs mal wieder dann kann ich nämlich hier warum mache ich das eigentlich nicht nebeneinander das kratzt mich gerade schon an der wieder von blödsinn macht der frame war jetzt aber keine ernten das sind denn die jetzt wieder eben stone doorframe wurden pilla doch da unten und habe ich das eine geburt schweiß es nicht das muss ich gerade mal schauen die acht ich gucke nämlich mega da außen rüber aber aber kann ich ja hier bauen da habe ich nämlich immer gleich zugang zu baumaterial das nämlich jetzt ein kommt also stone doorframe und da oben aus ne wurden wind dort wurden dort frame wurden pilla habe ich hier wurden letters der sonne von mir da ist ein leider für dich das muss ich aber trotzdem wieder erstmal hoch zu mir da muss mir eben noch ausräumen und da gehe ich mal ein bisschen auf erkundungstour würde ich sagen um wood wood brauche ich auf jeden fall viel aber gut habe ich so schnell nach was würde ich den zweck tun keratin zum bleistift dann stone kann ich darüber tun was haben wir noch hier alles geht nicht weg stone und schenk aber auch halt also halt haben wir schon relativ viel gehen wir mal auf setz nicht von dir erwartet so so fiber das ist immer noch voll mit also ich denke mal fiber haben wir glaube ich genug das kann ich wenn ich es gefahren habe gleich wieder wegschmeißen weil macht sonst auch keinen sinn gut narko paris sieht dass sie da rein severat melo paris narko paris stim paris so damit ich nämlich hier schön und er hat das drücken sondern das sollte ich drücken zu berri wo wo und feuer kann ich ja gleich machen aber das kann ich nur wieder mit dem habe und nicht so viel die Pike, Stone Hatches, Stone Pick und dann habe ich hier Metal Pick, Metal Pick, Stone Hatches, Metal Hatchet, Gold, jede Menge. Jetzt machen wir die Steine los. Gut, jetzt noch die Large Stoge Box, aber das mache ich da draußen. So richtig, ja. Die hier oben rein. So. So. Nehme ich jetzt ein Dino mit? Ja, ich würde sagen. Access Inventory, was hat er denn drin? Wie viel Gewicht hat er? 50. Narko Berry raus. Ja, nicht so laut, bitte. Meine, äh, empfindlichen, äh, Gehirnmischeln. Äh. Wie ist das Inventory? Narko Berry, siehst du mal. Da hat er schon 60 Narko Berrys, das ist ja mal richtig geil. Spoilt Meat. Kriegt er auch gleich. 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 So, geht's dem schon besser da draußen, aber jetzt müssen wir gerade noch gucken, was habe ich denn noch hier alles? Sachen, vielleicht braucht er noch Sachen. Sachen. Na, na, gute Frau. Da braucht er Tintos, brauche ich auf jeden Fall nicht. Spoilt Meat muss er auch nicht mitnehmen. Aber schon ist er leichter. So, kriegst du Tintos auch noch, Spoilt Meat kriegst du auch noch. Alles gut. So. Ja, ja, ja. Äh, Change Name. Ne, ne, ähm. Enable Following. Genau. Kommst du mal mit. Äh. Guck mal. Gleich ein Leber. Kleiner. Schweine. Ah ja, Cross Air. Seht ihr? Zielverrichtung ohne anzulegen, habe ich auch gemacht. Kann man einfach ein Häkchen setzen. Und jetzt Arschuss. One Hit Wonder. Äh. 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 Ach ja, was ich auch hochgesetzt habe. Seht ihr, was der alles rausgibt? Weil ich keinen Bock habe, hier ewig lang zu farmen für ein paar Bäume. Oder Heid. Oder Meat. Habt ihr das gerade gesehen? Äh. Gut. Äh. Leggy. Job Item. Ne. Die behalte ich mal. Gut. Und Heid könntest schon du nehmen. Schön. Schön. Nächster. Nächster. Weil dann ist man einfach schneller, Leute. Und bitte vergebt es mir, aber es macht auch sonst gar keinen Sinn. Hier rum zu eimern. Ohne Sinn und Verstand macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt Wut brauche, wisst ihr, dann stelle ich mich hier hin und mache mal. Wie viel trinken soll ich denn? 85 Wut. Das war's zweite Level. Ich seht ihr, dass es einfach schneller geht. Also es ist ja kein Cheaten, weil man kann es ja einstellen. 139, 160. 139, 193 Wut hat es gerade gegeben. Es ist halt einfach, ja, ein wenig schneller. So. Ähm. Ja, der kann noch, der kann noch. Ich kann auch noch. Also machen wir weiter. Melden. Ich kann auch noch mal zwei. Was freut ich denn für das? Flint. Flintstone. Where the Flintstone. Hier klingt es irgendwie nach einem Dilo. Oh. Oh. Lecky. Ach, das wollte ich doch nicht. Mensch. Also ich bin auch immer schnell am... Und schon wieder ein Level ab. Also es ist echter Brüller, Leute. Also das muss ich euch echt sagen. Es geht sowas von schnell. Was habe ich denn? Ach, Durst habe ich. Null und, ähm, wach, Hunger haben wir auch. Ach, da drüben ist eine Dilo. Oh. Oh, eine Hitwinder. So, also wie gesagt, da kann man auch machen, dass im Prinzip Dinos schon beim ersten Schuss komplett tot sind und bis zum großen, bis zu diesem, äh, Elefanten-Teil, also Mammut oder so. Muss aber dazu sagen, das finde ich ein bisschen lächerlich. Also das ist dann schon zu... zu gewagt, äh. So, Leute. Jetzt mache ich mich noch... Ach, Fetch. War ja auch noch. Fetch. Fetch. Wollen wir doch gleich denken können. Was ist denn nun schon wieder? Was braucht die denn? Ach man. Melden. Ein Stein. Really? Ach ja, übrigens schon wieder ein Level up. Ah, er hat ja zehn Stohns. Müsste reichen. Müsste reichen. Hm. Hm. Wo ist ne Spiegelung? Öt. Melden. Wenn du überlegst, dass du in normalen Einstellung zehn Wood rauskriegst, wenn du Wood machst, ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich schon fast ein bisschen heftig. So, Setch. 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 Setch mehr denken können. Und Setch mehr denken können. So. Halt. Gut. Ich glaube, jetzt mache ich noch ein bisschen Setch. Für solche Aktionen nehme ich übrigens lieber meine Steindinger. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, um die es nicht schade, wenn sie weg sind. Kann man auch schneller ersetzen. Wenn du überlegst, ein Baum, 98 Setch. Und schon wieder ein Level. 119. Es geht halt einfach schneller, ne? 100, 200. Jetzt muss ich auf jeden Fall was essen. Und dann muss ich runter zum Meer, damit ich was trinken kann. Und das auch ein bisschen... ...bisschen Flux. Bisschen Rasputting was. Komm bitte, 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 ja. Oh, Fitsche. Was will er denn? Ja, was will er denn, der Liebe? Ja, schau mal. Mega Piranha Don. Wenn er allein schon so ein Mega Piranha 98. Hä, schon wieder essen? Okay. Oh. Habe ich dich ein bisschen voll gemacht? Entschuldigung. Ich nehme dir mal 100 weg. Dann dürftest du doch deutlich schneller gehen. Ja, guck mal. Ja, komm. Ja, fein. Ja. 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 Was mache ich denn? Mann. Really? Ach, Scheibenhonig. Ich wollte eigentlich bloß Platz für dich machen, du Eimer. Und jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ach, Mann. Eh. Access Inventory. So, jetzt hast du Scheiß. Ach, Mensch. Jetzt aber flott hier. Sehen du ja auch nichts. Ach, Mann. Aufkommen, melden jetzt. Scheiße. Na gut, dann hol ich mal halt neun. Wie tief doch meine Liebe greift. Gut. Gut. Setsch, 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 und setsch. So, jetzt geht es schon gleich schneller. Oh, ich sehe nichts mehr. Ich sehe da nichts, Leute. Ich sehe da nichts. Gut. 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 Kann ich noch laufen? Nein, natürlich nicht. Leute, das ist so dunkel. Ich sehe da nichts. Aber wisst ihr, was mich beruhigt? Ihr seht auch nichts. So. Gut. 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 Dieses Scheißfleisch. Ich weiß nicht, was ich mit dem Scheißfleisch machen soll. Ich habe Hauer getötet. Du Schwein. Gut. Gut. Und gut. Verbraucht aber auch gerade mega schnelles Trinken. Das muss man ein bisschen besser anstellen, dass das ein bisschen langsamer geht. Gut. 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 Geht es noch weiter? Gut. Gut. Guckst du mal. Jetzt muss hier noch schnell, 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 schnell. Oh, ein. Wie ist hier recht ein. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? Und wenn du schon gestorben ist, wenn du schon gestorben bist, dann wenigstens nicht umsonst. Wie jetzt? Dann wenigstens nicht umsonst. Liegt hier schon mal keiner rum. Danke. So, machen wir hier gleich zu. So, aber bevor ich jetzt weitermache, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich so traurig. Ich sag bye bye und danke fürs Zusehen und bis zu einer nächsten Folge von Let's Play. mit mir, dem Daki, dem Priest, dem Daki-Priest. Bis dann. Tschüss. 2 Donkstゴah Donkst goals